Ich war neugierig, wie es ist, wenn ich nichts sehe. Wie meine Spastik bzw. mein Körper auf diese ungewohnte Situation reagiert. Damit ich nichts sehe, habe ich eine blickdichte Augenbinde auf. Dabei fiel mir folgendes auf. Nach meinem Empfinden werde ich, wenn ich die Augenbinde auf habe, ruhiger und lockerer. Meine Spastik wird dadurch reduziert und ich kann mich besser entspannen. Das Zappeln wird weniger. Dies wird sehr deutlich, wenn Sie sich meine zwei anderen Klangscheinvideos ansehen. Diese Videos verlinke ich Ihnen in der Videobeschreibung. Das Zappeln kann ich Ihnen in der Videobeschreibung. Wie Sie sehen, bewegen sich in diesem Video hauptsächlich meine linke Hand und der linke Arm. Gelegentlich zucken auch meine anderen Gliedmaßen. Diese dritte Klangscheinsitzung war angenehmer als die ersten beiden. Wenn ich die Augenbinde trage, habe ich irgendwie das Gefühl, alleine zu sein. Dadurch fällt es mir leichter, mich zu entspannen und locker zu lassen. Bis jetzt kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. Ich werde dieses Phänomen an mir genauer beobachten. Meine Versuche und Ergebnisse werde ich hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Falls Sie nichts verpassen möchten, abonnieren Sie doch meinen YouTube-Kanal. Einmal. 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 Entschuldigung. Das hat euch hier ein Bein. Ich fange jetzt mal hier am Oberschenkel an, am rechten. Ich fange jetzt mal hier 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 an. Ich fange jetzt mal hier an. Achtung. Okay. 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 Amen. Amen. Amen.